Hallo und herzlich willkommen auf die Battletech Channel. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Heute kommt schon wieder die nächste Hörprobe. Genau. Diesmal geht es um die Kurzgeschichte aus der Game of Armored Combat Box Augensturm. Auch hier geht es jetzt endlich mal weiter mit den Colby's Commandos und ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Hört einmal ganz kurz rein und hat euch die Hörprobe gefallen, geht ihr einfach zu Audible rüber und könnt euch das entsprechende Hörbuch kaufen. Trent, Golandrinas, lyransches Commonwealth, 8. April 2.990. Bei Blake's Zähnen fluchte Durant Carlyle über den Wind, der unablässig gegen die Ferrobeton-Außenwand des Gebäudes donnerte. Ist das Wetter auf diesem Dreckball immer so beschissen? Es ist eine verdammte Augapfelwelt, Mister, sagte der andere Mann an der Bar. Was hast du erwartet? Die Stürme gehören einfach dazu, weißt du? Der Bargast nannte sich selbst Jocko und er sagte, er sei Bergarbeiter bei der Vickers Mining Company. Doch Carlyle hatte daran seine Zweifel. Die bloßen Arme des Mannes waren weitgehend mit Tätowierungen, Totenschädel, Skelette und Drachen bedeckt, und er hatte das harte Aussehen eines Veteranen. Die Narben auf seinem Gesicht konnten natürlich von einem Bergbauunfall stammen, aber... Carlyle war in einer heruntergekommenen Kneipe, die passenderweise The Howling Wind hieß, ein kuppelförmiges Bauwerk wie die meisten anderen Gebäude in dem zusammengepferchten Haufen Elend, der den Namen Trent trug. Golandrinas war eine hässliche kleine Felskugel, die um einen kühlen roten Zwerg des Typs M7 nahe der Peripherie kreiste. Der Planet war seiner winzigen Sonne sehr nahe und hatte ein Jahr, das nur neun Standard-Tage lang dauerte. Er war in seiner Rotation und Ausrichtung an den Primärstern gebunden, eine Seite für immer auf den Stern gerichtet, die andere erfroren in ewiger, bitterkalter Nacht. Ein großer Teil der Nachtseite war von Gletschern bedeckt. Aus dem Weltraum sah diese Halbkugel im Sternenlicht wie ein gespenstischer, gigantischer Augapfel aus, der in die Leere starrte. Klar, antwortete Durant. Die Atmosphäre des Planeten wird auf der Tagseite heiß. Wirklich heiß. Warme Luft dehnt sich aus und dringt in die Nachtseite ein. Ich kann mir vorstellen, dass die Stürme hier ziemlich heftig werden. Hm, das ist ja keine Ahnung, sagte Jocko. Ein großer Augensturm kann tagelang andauern und der Wind kreischt mit 150 Klicks pro Stunde dahin. Augensturm? Durant runzelte die Stirn. Wie das Auge eines Hurricanes? Jocko lachte. Verdammt, Mister. Der Planet dreht sich zu langsam für einen echten Coriolis-Sturm. Nein. Ab und zu lodert der lokale Stern auf und beschert der Tagseite eine gewaltige Hitzewelle. Die Luft dehnt sich aus und fegt brüllend über die Zwielichtzone hinweg in die Nacht. Mein Fehler, sagte Durant verärgert. Er nahm sein Glas Scotch in die Hand, das er vor ein paar Minuten bestellt hatte, und kippte es in einem Zug herunter. Die rauchige Hitze brannte sich bis in seinen Bauch hinab. Dreckszeug. Verdammt. Er musste sich konzentrieren. Du hast mir von dem Death-Geld erzählt. Du sagst, sie kommen zurück nach Trent? Der Typ hatte eigentlich gar nichts davon erzählt, aber er war ziemlich besoffen. Carlyle versuchte ihn zu beeinflussen, wollte ihn dazu bringen, sich zu verplappern. Oh, sie kommen wieder, Junge, sagte Jocko. Er kippte noch ein Glas von, was auch immer er da trank, hinunter. Und das schon bald. Sie werden schnell und hart zuschlagen, und sie kommen mit dem Sturm, sodass niemand sie kommen sehen wird. So haben sie auch die lokalen Milizen ausgeleischt, als sie hier vor einem Monat gelandet sind. Was willst du machen, um sie daran zu hindern? Ich denke, das hängt davon ab, wie viele Battle-Mechs die Boas zur Verfügung hat. Oh, er hat Mechs. Haufenweise Mechs. Sogar schwerer. Jocko schwankte ein wenig und ließ einen Arm auf den Tresen fallen, um sich aufrechtzuerhalten. Und deshalb haben seine Kompanien, als sie auf diesem dreckigen Felsen gelandet sind, den Boden mit der örtlichen Miliz aufgewischt. Er grinste. Nicht, dass das eine tolle Leistung war. Dieses Grinsen sah verdammt verdächtig aus. Egal, wie ich sagte. Du solltest darüber nachdenken, noch ein paar mehr Mech-Kriege anzuheuern. Weißt ja nicht, wie viele Battle-Mechs du bereit hast. Aber ich weiß, dass ein Landungsschiff der Union-Klasse nicht mehr als eine Kompanie aufnehmen kann, oder? Du solltest deine Reserven verstärken. Willst du dich verpflichten? Verdammt, ich. Habt ihr doch gesagt. Ich bin ein Bergarbeiter. Kein Mech-Krieger. Er rülpste laut, stellte sein Glas ab und drehte sich um. Entschuldigung. Musst den Kühlmittelbehälter leeren. Der Mann stolperte in Richtung der Toilette der Spelunke. Carlisle schüttelte den Kopf und wandte sich der Barkeeperin zu. Noch ein. Also, was macht ihr Leute hier, wenn ihr etwas Spaß haben wollt? Die Frau war attraktiv, wirkte aber hart. Alles Weiche war in einem Leben, in dem sie immer nur gerade so über die Runden kam, verloren gegangen. Spaß? Was ist das nochmal? Sie goss ihm noch einen Drink ein. Weißt du, sie senkte die Stimme, bis sie kehlig und verschwörerisch klang. Man sagt, dass ihr Mecher einen Haufen Deathgeldgold gefunden und es zu eurem Landungsschiff gebracht hat. Stimmt das? Sie sagte es ganz beiläufig, aber ihre blauen Augen, hart und kahl wie Ammoniakeis, beobachteten ihn. Nein. Die Lüge kam ihm leicht über die Lippen, als er sich hinter seinem Glas versteckte und noch einmal am Whisky nippte. Cobys Kommandos, meine Einheit, wurden angeworben, um ein Gespräch mit Gérard Dubois zu führen. Der Name, das konnte Carlyle sehen, löste etwas bei ihr aus, und dies schien nichts Angenehmes zu sein. Diese harten, blauen Augen flackerten nach links, dann nach rechts, als würden sie den Raum nach Leuten absuchen, die lauschen könnten. Ihre Angst war offensichtlich. Dieser Bastard, sagte sie mit einer Stimme, die kaum mehr als ein Flüstern war. Er ist nicht hier, weißt du? Nach dem, was ich gehört habe, ist er in eurer Hauptstadt und macht dort Ärger. Ja, aber einige seiner Leute sind hier. Sie beobachten dich, Mister. Beobachten dich genau. Sei vorsichtig. Danke. Carlyle schaute das Dutzend Gäste an, das über die Tische verstreut war. Die meisten sahen ganz normal aus. Ein paar hatten das harte Aussehen von Soldaten oder ehemaligen Soldaten. Er fragte sich, ob sie wohl von diesem Jocko sprach. Vor fünf Tagen waren Cobys Kommandos außerhalb von Trent gelandet und hatten eine schwere Lanze Battlemechs angegriffen, die zu einer unbekannten Söldnerkompanie gehörten, die sich Deathgeld nannte. Die Kommandos hatten gewonnen, aber erfahren, dass der Großteil der gegnerischen Mechs in Roe war, der golondrinischen Hauptstadt, die 600 Kilometer am Osten lag. Was die Barkeeperin über das Gold gesagt hatte, 500 Barren zu 12,4 Kilogramm im Wert von je ungefähr einer halben Million C-Noten, war absolut korrekt. Aber das würde er den Einheimischen bestimmt nicht auf die Nase binden. Sie musterte ihn abschätzend. Vickers Mining hat die Landschaft mit einer großen, mobilen Bergbaueinheit zerfräst, auf der Suche nach irgendwas. Sie ließen die Maschine weitgehend auf Automatik laufen, doch gab es immer viele bewaffnete Wachen. Die Leute hier fragen sich, was sie wohl abgebaut haben. Du weißt schon, und ob sie darin etwas von Wert gelagert hatten. Die Gerüchte sprechen von Gold. Die Wächter liefen alle davon, als geschossen wurde. Du siehst schon, worauf ich hinaus will. Klar, kann dir aber nicht helfen. Das Letzte, was die Kommandos brauchten, war eine Armee von Einheimischen, die sie wegen eines Anteils am Schatz belagerten. So eine Situation konnte sehr schnell sehr hässlich werden. Dann kam dieser Bastard die Boas und hat die ganze Operation übernommen. Er hat sich als Kriegsherr aufgestellt und angefangen, Leute herumzukommandieren. Jetzt seid ihr da. Also, was droht uns als nächstes? Wir werden euch nicht herumkommandieren, falls du das meinst. Werdet ihr bleiben? Wahrscheinlich nicht allzu lange. Sie biss sich auf die Unterlippe. Ja, nun, der Start ging es ganz gut, als die Wickersleute hier waren. Sie hatten immer Geld, das sie ausgeben wollten. Sie schaute Carlyle abschätzend an, dann beugte sie sich vor, wobei sie ihre Brüste zwischen den Armen auf dem Tresen einrahmte und einen beträchtlichen Ausschnitt präsentierte. Wie sieht es bei dir aus, Mister? Hast du ein bisschen Geld, das du ausgeben willst? Carlyle war an dem unausgesprochenen Angebot nicht interessiert, aber sie war bislang eine recht nützliche Informationsquelle gewesen, und die wollte er keinesfalls zum Versiegen bringen. Ein bisschen was schon, gab er zu. Was ist mit dir? Du wirkst nicht gerade, als wärst du hier glücklich. Was, ich? Unglücklich? Hier? In dieser prächtigen Achsel des Universums, wo einem der Wind mit hundert Klicks um die Ohren bläst, es nicht wärmer wird als minus fünfzig Grad und Wolken aus Eisschwalben im Sturmwind wehen? Nirgends, wo man hingehen kann. Nichts, was man tun könnte. Und dass immer scheiß Nacht ist da draußen? Wie kommst du drauf? Sie zuckte mit den Schultern und lachte. Du musst Erre sein. Bin ich dann wohl? Du könntest von hier verschwinden. Die Welt verlassen. Beta-7. Wotan. Da brauchen sie auch gute Barkeeper. Ja? Und mit welchem Geld? Du weißt, was eine Passage auf einem kommerziellen Schiff kostet? Guter Punkt. Etwas, das sie sagte, ließ ihn aufhorchen. Du hast gerade was von Eisschwalben erzählt. Hässliche, kleine, eingeborene Kreaturen. Wir nennen sie Golondrinas. Wie den Planeten? Er wurde nach ihnen benannt, sozusagen. Der Name des Planeten wird normalerweise G-O-L-A buchstabiert. Aber die ersten menschlichen Siedler hier, so fünf oder sechshundert Jahre zuvor, waren Spanischsprecher aus einem Ort namens Iberien. Golondrinas war das spanische Wort für Schwalbe, eine Art von fliegendem Tier auf Terra, das Vogel genannt wurde. Und die veränderte Schreibweise? Sie zuckte mit den Schultern. Ich vermute, ein Kartograf hat einen Fehler gemacht. Auf jeden Fall gibt es hier verdammt viele von ihnen. Sie wachsen zunächst als Pflanze am Rand der Tagseite auf. Und ab und zu trifft eine Sonneneruption diese Seite und die Temperaturen nehmen rasant zu. Dann entlassen die Pflanzen drei geflügelte, fliegende Kreaturen. Eisschwalben. Genau. Eis, weil der Sturm sie über die Oberfläche des Planeten weht und sie am Rand des Eises der Nachtseite ablädt. Aha. Sie sterben hier drüben. Aber eine Art Wurm frisst ihnen das Herz aus dem Körper, paart sich und kriecht zurück zur Tagseite, wo er sich eingräbt und zu einer Pflanze wird. Und somit schließen sie den magischen Kreislauf des Lebens ab. So ungefähr, ja. Sie sind hässliche kleine Monster. Und wenn ein guter Augensturm weht, kommen sie in Wellen. Milliarden und Milliarden von ihnen in gigantischen Wolken, wie Laken oder Vorhänge. Interessant. Die Ausführung über die eingeborene Ökologie erinnerte Carlyle an etwas. Weißt du, Jocko sagte, dass Du Bois bald zurückkommen würde. Weißt du was darüber? Sie zögerte und warf einen weiteren Blick durch den Raum, ehe sie antwortete, Man sagt, dass sie bereits auf dem Weg sind und den Sturm als Deckung nutzen. Aber das hast du nicht von mir gehört. Nicht ein Wort. Er richtete sich auf. Ich muss zurück zu meinem Schiff. Vielleicht bis später. Du weißt, wo du mich findest, hübscher. Übrigens, Jocko. Kennst du den Kerl? Fragte er die Barkeeperin. Wieder sah Carlyle Angst in ihren Augen aufblitzen. Hör zu. Pass besser auf mit dem. Das ist ein echt übler Burscher. Er ist nicht zufällig einer von Du Boises Männern, oder? Der vielleicht die Konkurrenz ausspioniert? Schau, Mister. Ich kümmere mich um meinen eigenen Kram. In Ordnung? Ich stelle keine Fragen, halte mich von Ärger fern. Und ich hab auch nichts gehört. Er bezahlte die Getränke und gab ihr ein Trinkgeld von 100%. Wir sehen uns. Sie schaufelte die zehn Noten auf. Hey. Danke. Ich heiße übrigens Jerry. Frag nach mir, wenn du mich nicht findest. Das mache ich. Er zog den Reißverschluss seines Schutzanzugs zu, legte die Atemmaske an und trat durch die Luftschleuse hinaus in den Wind. Hat euch die Hörprobe gefallen? Lasst ruhig mal ein Like da. Abonniert mich und macht die Glocke an. Bis demnächst wieder. Ciao, ciao. Sagt euer Ulrich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020